Hallo Leute, das glaubt ja kein Mensch. Da klingelt das Telefon, Egon, kann ich mal vorbeikommen? Ich brauche unbedingt ein Autogramm. Ich dachte, ja logisch, haben wir einen Termin abgemacht und ich komme hierher und wisst ihr, wer da steht vor mir? Der Mann, der My Way gesungen hat auf meinem Abschiedsrennen 60 Jahre in der Sparkassen-Arena. Mit ein paar Kollegen zusammen. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie toll er gesungen hat damals. Und jetzt kommt er hierher, besucht mich und möchte ein Autogramm. Ich stelle euch den mal vor. Und das ist er, Opernstar André Schmidtke. Wahnsinn, dass du mich besuchst. Ja, ich wusste es nicht, aber ich habe mir gedacht, von der Stimme her, am Telefon so ein netter Typ und wie ich dich dann noch gesehen habe, hier vor meinem Haus wartend, da habe ich dir da so eine ehrliche Haut, dieses Gesicht, den lässt du rein ins Haus. André, was war die Idee? Du bist selbst, ja, relativ sportlich unterwegs mit einem Rennquart, ne? Ja, ich bin selber MX-Sportler, Hobby-Sportler natürlich und bin Sänger am Mecklenburgischen Staatstheater, das ist richtig. Und auch richtig, dass wir zu einem 60. gesungen haben, was uns auch viel Spaß gemacht hat, gar keine Frage. Und ich hatte jetzt im Moment ein bisschen Pech bei der MX-Geschichte und da habe ich gedacht, was kann mehr Glück bringen als so ein Autogramm von Meister Müller. Und da habe ich dich angerufen, du sagst, komm vorbei, kein Ding, mache ich dir und hier bin ich. Aber ich wusste erst nicht, wer du bist, ne? Kannst du mal sehen, wie nett ich bin zu jedem, ne? Das stimmt, das stimmt allerdings, ne? Ja, genau. Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut und ja, war ein schöner Tag mit dir. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Danke, Ego. Und das ist er, der liebe André. Schaut euch das mal an, wie der fährt, der Bursche. Wir sind so gut drauf. Weißt du was, ich möchte gerne, dass du hier in der Werkstatt mit mir zusammen was singst. Lass mal was hören. Ja. 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 Ja, die Leute denken, wir sind verrückt. Aber weißt du was, da haben sich zwei Verrückte wirklich getroffen. André, vielen Dank für deinen Besuch, das hat Spaß gemacht. Wir haben ja auch riesen Spaß gemacht, die Egon. Ja, und nicht böse sein, meine lieben Fans, wir machen so verrückte Sachen. Das ist normal.